Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Heute mit einem großen Haul. Wir haben ganz dicke Pakete am Start, Bricklink-Bestellungen und hier ein Konvolut im Müllsack. Die habe ich von meinen Cousins. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Das ist bestimmt schon Vintage. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Das hier ist etwas sehr, sehr Großes für das Museum bzw. für die Außenwand. Ob das ich mich schon lange gefreut habe, das sollte ich schon immer haben. Gucken wir uns das mal an. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau uns das jetzt hier drin erwartet. Uiuiui. Da ist der Spaghetti-Arm gerade fast gebrochen hier. Noch eins. Okay und das war es glaube ich tatsächlich schon. Dann kümmern wir uns jetzt hier drum. Also ich glaube man kann es erkennen, was das sein soll. Das hier ist so ein riesiges Lego-Schild und das kann man tatsächlich hier hinten auch noch beleuchten. Da seht ihr, da ist ein Stecker dabei. Es war halt für mich in der Kindheit immer so ein Symbol. Ah ja, in diesen Spielzeugladen muss ich jetzt leider reingehen, weil dieses Schild da draußen ist. Das muss natürlich auch vorm Museum sein. Keine Frage. Das Ding ist, es sind zwei. Das ist einmal eins für Indoor und einmal eins für Outdoor. Hat der Helder Steiner tatsächlich ja vorne auch vor seinem Laden. Hoho, jo. Da ist das Ding. Hier seht ihr die Wandverankerung. Damit kommt das an die Wand. Und dann hängt das halt so chillig nebenbei an der Straße. So, jetzt wird es ausgetestet. Stecker in die Steckdose und boom. Wow, das ist aber wirklich cool. Oh wow. Das sieht richtig genial aus. Vor allem wenn es so ein bisschen dunkel ist. Es wird aber auch Zeit für weitere Bricklink-Bestellungen. Es ist jedes Mal halt wieder wild zu sehen, was da drin ist, weil es immer von anderen Händlern kommt. Vielleicht sollte ich auch mal ein Video über Bricklink machen. Mal schauen. Ah, da ist es. Nun ja, und wie man sich vielleicht schon denken kann, das sind grüne Steine für das grüne Nabu-Mock. Einerseits diese hier, die habe ich in der letzten Bestellung vergessen und musste sie deshalb noch nachbestellen. Das waren alle grünen 1x4 Fliesen, die der Shop gerade da hatte. Und auch nochmal 2x2 grüne Plates. Ergänzt von sehr, sehr vielen 2x2 Plates. Die waren tatsächlich gar nicht so günstig, sind aber unerlässlich für das Mock, um halt einfach so ein bisschen, naja, die Oberfläche darzustellen. Das könnt ihr alles schon in dem Video sehen, was ich dazu gemacht habe. Diese kleinen Hämmer hier, die werden noch im MTT verbaut. Die hatte ich bei der letzten großen Bestellung leider vergessen. Deshalb hatte der Shop die praktischerweise da und ich habe sie direkt mitgenommen. Diese Plates werden benutzt für den Übergang und diese natürlich auch für die Fläche an sich. Also das ist schon ein teures Projekt, meine Güte. Aber mit den Parteien kann man natürlich noch keinen Nabu-Mock bauen. Deshalb ist hier direkt die nächste Breaklink-Bestellung mit etwas, was fast noch wichtiger ist. Oh, nein! Oh, ich bin so ein Duli. Ich habe in den Tisch reing... Oh, also... Oh, Mann. Jetzt können wir das gar nicht genießen. Das sieht so weird aus. Aber es ist an sich ein sehr guter Trick. Denn das sind 22 Jar Jar Binks-Köpfe und 20 Gungan-Soldaten-Köpfe, die man sich natürlich auch einfach so bestellen kann. Die haben jetzt 1 Euro circa pro Kopf gekostet. Und das ist natürlich das Wichtigste an der Gungan-Figur, wenn man gerne eine große Gungan-Armee aufbauen möchte. Es lohnt sich natürlich auch nicht immer nur die identischen Gungans zu verwenden, weil sonst wäre es ja quasi eine Gungan-Klon-Armee. Man kann ja auch noch so ein bisschen variieren und dann nutzt man halt einfach nur die Köpfe. Das ist vielleicht für euch auch ein Tipp, falls ihr irgendwie einen Mock baut und dann eine bestimmte Alien-Rasse braucht. Könnt ihr euch auch einfach nur den Kopf oder Helm oder was auch immer bestellen. Dazu wollte ein Kumpel von mir noch diese Edna-Köpfe aus der Simpsons-Minifiguren-Serie haben. Davon hatten die auch noch einige. Damit kann ich jetzt natürlich nichts anfangen. Wichtiger sind aber auch noch diese Schilde hier. Die verwenden die Gungans ja zuhauf in der Schlacht. Die sind jetzt gebraucht. Das kann man ganz leicht, glaube ich, sehen. Die kann man aber natürlich auch nicht einfach so nachbauen. Die Stöcke und Wurfgeräte gibt es natürlich auch abseits der offiziellen Lego-Sets. Und ist, wie gesagt, wesentlich günstiger. Die Bestellung aus dem nächsten Shop musste ich leider schon auspacken, weil der Karton nass geworden ist. Und dann wollte ich nicht, dass die Bestellung auch nass wird. Deshalb, zum Glück war es hier noch extra eingepackt. Das habe ich von außen natürlich nicht gesehen. Und es war sogar noch so ein cooler City-Poly-Bag als extra mit dabei. Diese Tüten hatte ich so noch nie. Die waren halt nochmal in einem Umkraton drin. Ich schätze mal, es sind irgendwie so Kaffeebeutel oder sowas von so ganz hippen Kaffee-Marken. Und ihr könnt es euch schon denken, was hier drin ist. Es sind Gungans. Noch mehr Gungans, diesmal mit dem kompletten Körper. War ein ganz akzeptabler Preis, deshalb habe ich die mitgenommen. Ich finde, dass die Gungan-Armee muss auch schon groß sein, damit es schön auf dem Naboo-Mock dann aussieht. Und Überraschung, hier sind nochmal Gungans drin. Oh, nochmal Gungans. Es fühlt sich so falsch an. Ich hatte damals zwei von diesen Gungans, weil ich mir zweimal diesen Druiden-Transporter gekauft habe. Für vor allem damals die Druiden-Minifiguren. Jetzt haben wir hier so eine Riesen-Armee. Zum Glück sind die nicht so teuer wie andere Rassen. Ach, und hier, gut, da sind mal ausnahmsweise keine Gungans drin, wie man sehen kann. Da haben wir noch mehr Schilde. Schilde, die sind selbstverständlich auch wichtig, damit man dann halt so einen, naja, so einen kleinen Schutzwall bilden kann. Und da habe ich tatsächlich hier diese Schilde auch noch mitbestellt. Ah, okay. Ja, diese haben halt, das ist der gleiche Mold und auch die identische Farbe, nur halt mit einer anderen Bedruckung. In dem Fall sind das die aus dem, von dem Dimensions-Schild. Habe ich überlegt, ob ich das in die Hand drücke, aber so sieht das schon sehr komisch aus. Hm, mal schauen, ob ich das mache. Die Stäbe und so weiter, die werden wir bei denen hier natürlich dann selber entwerfen. Ich weiß nicht, wie ich das besser präsentieren soll, aber das hier ist jetzt ein ganz langes Paket. Offensichtlich ist da was Interessantes drin. Aha. Okay, hier ist schon mal so ein Lego-Papp-Ding drin. Ich meinte eigentlich, dass das diese Schilder sind für dieses Regal, aber, ah, okay, jetzt macht Sinn. Da steht Kataloghalter drauf. Ich dachte immer, die wären so aus Metall, aber ein paar haben sie das jetzt hier auf Papier umgestellt. Tja, hier ist dann so eine Folie. Ich schätze mal, dass man da den Katalog einklemmt. Pappe und das Teil, was man aufbaut. Okay, das bringt jetzt, glaube ich, nichts, wenn ich euch das so zeige. Das baue ich mal eben drüben auf. Und so sieht das Teil dann aufgebaut hier vorne im Shop-Bereich aus. Ja, ist nett, aber so ein bisschen wackelig ist es schon noch. Ich hoffe, dass wir irgendwann die Metall-Variante noch bekommen. Hier kannst du dann unten die Kataloge hereinlegen. Oben hätte eigentlich noch einer drauf gemusst, also irgendwie zum Festkleben oder so werde ich dann wahrscheinlich auch machen. Unsere Kataloge sind noch nicht da, deshalb ist es einfach nur leer. Die sollten Ende Mai dann kommen. Oder vielleicht auch Ende Juni, das kann natürlich auch sein. Hier noch was, was mich ein bisschen überrascht hat. Und zwar ist es dieses Paket. Und da war bei Lego was reduziert. Und ich habe es bestellt, weil ich dachte, meine Bestellung wird sowieso wieder storniert. Jetzt ist es aber wirklich angekommen. Und schlitzen wir das Ding mal auf. Los geht es erstmal hier mit dem Brickhead von Frodo und Gollum. Ich dachte, ich hätte Arwen und Aragorn bestellt. Okay, das muss ich jetzt gleich nochmal überprüfen. Hier sind die anderen beiden. Den habe ich schon. Der fehlt mir noch. Ja, und dann geht es weiter mit einem Clone Pack. Die Dinger waren nochmal um 30% rabattiert im Shop zu finden. Und man konnte die nochmal bestellen. Habe ich auch einen Community Post zu gemacht. Und ich werde immer Clone Trooper brauchen. Deshalb habe ich das einfach nochmal mitgenommen. Und mit 30% kann man da sowieso nichts gegen sagen. Davon habe ich sogar noch einen zweiten. Das ist dann der hier. Und nochmal zwei Rebel Trooper Packs. Die werde ich drüben für Hoth benötigen. Da habe ich ja damals das Mock angefangen. Unten in der Vitrine. Das muss auch noch zu Ende geführt werden. Bevor es zur Eröffnung dann geht. Eigentlich. Ach ja, da ist es ja sogar. Hä? Das war auch einer mit der Gründe, warum ich bestellt habe. Das ist dieser Grogu bzw. Baby Yoda Schlüsselanhänger. Der war überall ausverkauft. War ich ja auch schon im letzten Brock in München in dem Store. Und habe den versucht zu bekommen. Weil meine Tante sich den gewünscht hat tatsächlich. Und jetzt war er tatsächlich wieder verfügbar. Also habe ich ihn direkt mitgenommen. 6 Euro für so einen Schlüsselanhänger ist aber wirklich hart. Nun kommen wir aber zu diesem kunstvoll verpackten Konvolut. Keine Sorge, meine Cousins sind älter als ich. Also die brauchen das nicht mehr. Deshalb haben die mir das auch gegeben. Da sind die ganz alten Star Wars Sachen teilweise drin. Aber auch scheinbar neue. Hier seht ihr, ist ein First Order Soldat. Ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Und ich hoffe, dass der Müllsack nicht bricht vorher. Machen wir mal raus. Da ist es nämlich. Der allererste Sternenzerstörer als Spielset. Und, naja, Vintage. Ihr könnt sehen, der ist schon ein bisschen eingestaubt. Was ich damit jetzt wahrscheinlich machen werde, ist, das alles einmal in so einen Kopfkissenbezug zu tun. Und dann in die Waschmaschine zu kloppen. Ich meine, gebraucht sind die Steine sowieso schon. Dabei, wenn ihr das macht, werden wahrscheinlich einige Kratzer an die Sets kommen. Hier die ganz alte Darth Vader Meditation Chamber ist hier noch zu sehen. Der Astromech Droide, der ist, glaube ich, später auch noch im Adventskalender herausgekommen. Der ist gar nicht so selten dann. Und hier konnte man die Rettungskapfel herauspushen. Bin mal gespannt, ob das sogar alles komplett ist hier. Genau, das sind die Laserkanonen oben. Oh, oi, oi, oi. Ach, guck mal, diese Platte. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Die habe ich noch nirgendwo gesehen. Das war auf jeden Fall damals immer ein Traumset von mir. Ein paar Kumpel aus der Schule hatten den tatsächlich auch. Das ist die Brücke sogar oben gewesen. Da seht ihr das da vorne. Er war nur ein bisschen zerbrechlich. Das muss man halt dazu sagen. Oh, und da sehen wir die nächste Minifigur direkt. Oh, Mann. Glaube nicht, dass der Original diesen Kopf gehabt hat. Die nächste Schubdüse ist auf jeden Fall dabei. Oh, da ist noch eine nächste Minifigur. Schaut mal an, das ist der Luke aus dem Adventskalender, wenn ich mich nicht irre. Dann wird der Forst-Order-Soldat dort unten bestimmt auch aus dem Adventskalender kommen. Hier ist ein Zauberer, auch mal ein Schlüsselanhänger gewesen hier scheinbar. Ach, hier seht ihr das nächste. Das sind Überreste von der Slave One, der damaligen. Und, ah ja, genau, das war die Version mit diesem riesigen federgeladenen Shooter vorne drin. Aber die brauchen natürlich auch ein bisschen Entstaubung. Aber die Drehfunktion funktioniert sogar noch. Mal schauen, ob Dengar oder Boba Fett hier noch drin chillen. Oh, und einen Battle-Droiden. Ja, ziemlich sicher, das wird der Adventskalender gewesen sein. Weil hier ist auch noch dieser Cloud-City-Dude. Der kam halt so auch noch im Adventskalender drin vor. Und in der großen, bespielbaren Cloud-City. Oh, und der Rest vom Rebellen-Trooper. Die haben wir auch schon viel zu lange nicht mehr als eigene Minifigur bekommen. Müssen sie auch mal wieder machen. Ich habe recht gehabt mit dem Adventskalender. Die Mütze kommt auch noch aus dem Adventskalender. Kann ich natürlich noch nicht genau sagen. Aber der Sternenzerstörer sollte komplett da drin sein. Ach, hier, guck mal. Kopf, Gutscheibe, Slave One. Es muss halt noch definitiv vorher einmal gereinigt werden. Das Gesicht hatte der Pilot hier auch nicht. Aber dann kann man den hier schön wieder zusammenbauen. Mega cool. Also, falls du das sehen solltest, vielen Dank. Ich werde es definitiv irgendwann bauen. Ach so, und falls ihr irgendwas wascht, müsst ihr natürlich immer darauf achten, dass ihr die Elemente mit den Stickern natürlich nicht in die Waschmaschine packt. Das wäre ein bisschen blöd. Damit können wir jetzt aber auch diesen Haul beenden. Ihr findet hier noch mehr Videos. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao.